Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und diesmal auch nicht aus Amerika, sondern hier aus Deutschland, aus dem Norden. Und heute sind wir mal auf dem Weg zum Weserstadion, da ich mir endlich jetzt mal ein Werder Trikot zulegen möchte. Und ja, dann ist auch noch öffentliches Training um 15 Uhr und dann versuche ich mir danach ein paar Autogramme zu geiern und ein paar Bilder zu machen, beziehungsweise Standbilder halt mit dieser Kamera hier aufzunehmen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und damit geht's jetzt ab zum Weserstadion, dann sehen wir uns da auch gleich wieder. So, wir sind jetzt schon wieder raus aus der Fernwelt. Das hat alles viel länger gedauert, als wir dachten, aber hat halt eine Frau gearbeitet, ne? Nein, ich will jetzt hier nicht irgendwie Frauen und Feindliche Sachen machen, aber auf jeden Fall trainieren da hinten gerade die Werder Spieler und vielleicht zeige ich euch mal ein paar Eindrücke vom Training. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich versuche ein paar Autogramme zu ergattern und das dürfte dann noch spannend werden. Ich versuche so viel wie möglich zu kriegen. Bis dann! So, wir haben uns noch das eine oder andere. Autogramm kriegen können und noch das ein oder andere Bild sichern können. Und ich würde aber sagen, ich zeige euch das alles gleich ganz in Ruhe, wenn ich wieder zu Hause angekommen bin. Und ja, es ist der ein oder andere Name drauf. Ich habe ja aus den Amerika Vlogs gelernt. Wir machen die Schwenks jetzt nicht mehr zu schnell. Das war ja das eine oder andere mal ein kleines Problemchen. Aber ja, wir sehen uns dann zu Hause und dann gucken wir mal, wer da alles so unterschrieben hat. So und damit sind wir jetzt auch zu Hause angekommen und das sogar schon am nächsten Tag. Ich hatte gestern nämlich irgendwie Sport gemacht und war ich auch müde, hab gedutscht, bin dann auch relativ früh ins Bett gegangen. Weil wir haben uns gerade, lasst mich auf die Uhr schauen, 10 Uhr 4 und um 11 Uhr sollen wir ins Stream beginnen. Und ja, ich hoffe, ihr wart da natürlich alle am Start an Samstag, 11 Uhr, Karriereende, ne? Bei wem klingelt da noch was? Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Wir haben ja gestern die Werder Sachen gekauft und uns das eine oder andere Autogramm gesammelt. Was ich euch dann gleich noch zeigen werde, wo ich das so gesammelt habe und so, ne? Aber das habt ihr, denke ich, mal auch schon gesehen. Aber erstmal zeige ich euch, was ich mir denn noch überhaupt gekauft habe und, na, umziehen. Komm, wir benutzen mal wieder die magischen Fähigkeiten. Ja, so schnell klappt das auch. Und ja, es ist das Wunderschule Werder Heimat-Trikot, wie es so schön genannt wird. Und hinten drauf schön Delaney mit der Nummer 6. Man hat es gesehen, ich weiß gerade gar nicht. Ja, hat man bestimmt gesehen. Auf jeden Fall ist Delaney hinten drauf, weil, ja, Delaney ist ein geiler Spieler. Muss man drauf haben. Und dazu habe ich dann immer, warte mal. So, das passende Höchstchen gekauft hier natürlich auch. Werder Logo mit dem schönen 1-Sterne unten drauf. Brauche ich jetzt aber nicht anziehen, denn ihr seht eh nur mein Oberkörper. Zumindest glaube ich das. Und wir schauen mal in die Tüte. Da hätte ich nichts mehr drin. Außer Beläge und Bons ist da nichts drin. Aber wir haben hier neben mir noch ein gutes Schmuckstück. Und das nehmen wir mal eben. So, Jungs, hier. Schaut es euch an. Erstmal hinten drauf den guten Slutty mit der Nummer 16. Das ist doch auch schon mal 10. Und vorne, ich komme mal näher ran, die ganzen Unterschriften. Das sind Unterschriften von 16 Werder-Spielern. Aber insgesamt vielleicht wird er auf Pause gedrückt hat. Nachgesin, wir sind 17 drauf. Der gute Alex Nuri hat hier nämlich auch noch unterschrieben. Und das ist auch noch die einzige, die ich erkennen kann. Hier, das ist der gute Nuri. Und ja, ich kann mich auch noch hier nur so weit zeigen, weil das war die erste. Und die, die auch am kleinsten ist. Es sind einfach nur diese zwei Buchstaben hier. Aber das muss man glaube ich nicht erkennen. Aber auf jeden Fall konnte ich hier ein paar Programme ergattern. Und es war einfach geil, Leute. Ich wollte das schon so ewig mal machen. Und ja, habe ich gemacht. Ich habe mich auch überwunden, diese Spiele anzusprechen. Einen Mord zu hürden. Na gut, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Aber eine Sache kann ich sagen. Lieber Herr Bauer, wenn du das hier siehst. Robert Bauer, ne? Der war doch relativ unfreundlich. Ich weiß nicht, vielleicht hat er das Trainingsspiel verloren. Ich will da mal keine Behauptungen aufstellen. Aber wir hatten da auch so eine Frau neben uns, die Glückwünsche für ihren Vater haben wollte. Und ja, das sagt man doch eigentlich als Spieler nicht. Ne, sowas mag ich nicht. Aber naja, geht denn das eigentlich. Ich meine, Nuri hat da gut gratuliert. Muss man sagen, hat da ordentlich mit Elane in die Kamera gesprochen. Und ja, das war schon nice. Nuri, sehr sympathisch auf jeden Fall. Aber der eine oder andere Spieler kam doch etwas muffelig rüber. Und dann ja, als letztes hatte ich ja noch das Bild mit Yiji Pavlenka, der weiß ich nicht, wie groß ist der? 1,95 oder so? Und dann stehe ich daneben mit meinem 1,79. Und ja, hm. Aber ich denke mal, ihr habt das auch schon gesehen. Und ich weiß gar nicht, was kann ich denn noch erzählen? Auf jeden Fall habe ich hier das geile Trikot geholt, was ich aus dem Sport anziehen werde. Das hier nicht. Vielleicht werde ich mir das hier irgendwie so im Einrahmen oder so an die Wand hängen. Auf jeden Fall mit den ganzen Unterschriften. Ja, auf jeden Fall nice. Muss ich mal schauen. Ich bin ja auch ein sehr begabter Handwerker und Bastler, wie vielleicht meine Freunde alle wissen werden. Zwei linke Hände. Naja. Auf jeden Fall. Das Trikot werde ich denke ich mal auch dann in FIFA 18 bei der Werder Karriere anhaben. Oder vielleicht sogar mal das. Wer weiß. Vielleicht sieht das sogar gleich aus dem Spiel mal. Wer weiß. Ihr werdet es wissen. Ihr wart natürlich alle dabei. Und ja, dann soll es das eigentlich gewesen sein. Und ich hoffe, wenn ihr die Chance habt, mal die Unterschriften von den Spielern so zu sammeln oder die halt mal so quasi zu treffen, dann macht das mal. Da sind auf jeden Fall einige sehr cool drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich euch... Vielleicht habe ich das nur mit Musik reingeschnitten. Vielleicht auch mit Ton. Ich weiß es nicht. Ich habe nämlich noch gar nichts gestehen. Aber auf jeden Fall war es wirklich ein richtig geiler Tag. Und ich hoffe auch euch hat der Vlog mal wieder gefallen. Dann könnt ihr mich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ein Abo da lassen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, vielleicht nochmal ein bisschen Glock an der Reise. Oder natürlich FIFA 18. Was rauskommt. Die Karriere. Das wird echt phänomenal. Und ja, dann würde ich sagen, ziehe ich mich mal wieder kurz um. Und dann würde ich sagen, haut rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.